hallo and welcome in belgien ich bin in love top top aber wir haben noch 30 brötchen für dich wenn es sein muss schmeckt das so ich lasse mir schmecken da komme ich nie wieder raus erwischt alter du wolltest diäten hast du gesagt du wolltest diäten morgens macht man abends diäten 20 brötchen 20 brötchen jetzt noch 10 ich dachte 30 gewollt mich hat schon drei weg also behalt euch jungs 333 ist das dritte ich zähle das mit freundchen was trah mich aufs ei alles drauf so auf geht's ins abenteuer die wollen dass ich hier kacken gehe aber ich gehe hier niemals kacken nie niemals gehe ich hier kacken ich warte wie ich zu hause bin oder ich gehe den bus vom ingo näher kacken was wir gestern gefahren haben ja und das auch ja teilweise den sind wir gefahren den haben uns nicht getraut und den konnten wir nicht mehr weil wir zurück mussten weil alle da und die golden die richtig krassen sind die ganz unten also das und das ist schnell zu erreichen ich glaube sogar man könnte sogar über die straße die wege sind auch echt unterschätzt wie weit das ist wir starten den mittleren nummer zwei les ayes fahren wir danach kommt les revue ja danach kommt blau ok er meine ich ja rot die hat 600 der ist noch kleiner warum fahren wir nicht erst rot dann blau weil rot ist wenn man warm ist kann man den fahren de flow du flow nicht vordringen ich muss vorfahren ich muss vorfahren ich muss vorfahren ich muss vorfahren ich balle auch ich hoffe ich weiß aber was kommt von daher will ich dich nicht ins verderben laufen lassen was an drei zwei ein mein ist übelst beschlagen ja Junge du bremst das ist meine fettröhrchen die andere seite ich komme nicht los ich komme nicht los ich hänge fest warte dann warte oh nasse Wir sind gerade den Les Eyes gefahren. Let's see it. Und gleich haben wir den Les Reveux. Bist du fertig Ingo? Ich habe den ersten Strich weg. Wie viele Höhenmeter haben wir insgesamt? 384. 400 Höhenmeter? Erster Strich. Ja wir haben alle hohen Akkuverbrauch. Wie viel hast du? 79? Na komm. Mach mal den Arm weg. Junge das ist ein Panzer, guck mal hier. Ja das ist ein Panzer, genau. Das ist ein Panzer. Ja ich geh auch hier nicht kacken in Belgien. Wir müssen uns umnennen. Fettlappen Deluxe. So Lars komm. Seid ihr bereit für Labobab? Aber diesmal ein bisschen schneller. Ich habe gewartet auf Marcelo zweimal. Junge du bist hier vorne schon reingefahren. Wir standen hier noch. Also. Stimmt nicht oder was? Ich mach nochmal aus. Ja warte mal kurz. Im Steilstück kommen zwei Drops. Die sind in einem Steilstück. Wenn man den ersten ganz rechts fährt. Da halt ich aber auch noch kurz. Da fahren wir zusammen. Ja dann gucken wir mal. Wir können gucken. Wir können den aber auch ganz rechts fahren. Weil dann kannst du den überrollen. Das ist doch geil mit Klickis. Ich glaub nicht was du hast. Das ist ja. Das war jetzt kacke die Randfahrt. Ja was heißt wenn es trocken ist. Ja aber jetzt kommst du gar nicht mehr rein. Da rutschst du ja ab. Also das ist der Drop. Und dahinter ist nur eine Stufe. Kannst du das sehen? Ja der Drop ist eigentlich nichts. Aber es ist äh. Also ich sag ja wenn dann hättest du den hier ganz rechts fahren müssen. Da kannst du den überrollen. Aber ich habe gestern da runter geschoben. Und dann hat mein Hinterrad war auf einmal so hoch. Obwohl ich nur geschoben habe. Ja. Dass ich auf jeden Fall gewusst hätte. Wäre ich auf jeden Fall über Neckar gegangen. Mit der Stufe meinst du ne. Nee die Stufe kannst du. Ingo die Stufe kann man fahren sagst du ne. In der Mitte? In der Mitte sieht so hoch aus von hier. Ich werde jetzt rechts gefahren aber. Na links. Pass auf mit. Ich hab mit der Pedale nicht da an den Brocken gehen. Ja. Das ist ganz schön glitschig. Ja. Oh Marcel steigt schon vorher ab. Ja Alter. Ja Alter. Ja ich hab die Warte. Ja. Warte mal. Das ist bei mir Katastrophe. Ja. Wollen wir rein? Ja. Ja. Wie in der Spanien. Guck mal da liegt. Ja. 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 Ey. Kommst nicht zum stehen. Katastrophe ne. Das ist doch scheiße man. Ey Reifen komplett zu. Du. Reifen komplett zu. Hättest mal irgendwas gesagt. Ich werde zuhause geblieben. Und warte. Ich hasse Mathe. Ich mach doch einen Bock. Alter. Ich will die runter ballern. Dann lernst du immer zu. Ne. Lern ich gar nichts hier wenn ich keinen Bock hab. Ja. Warte. Was ist mit dir? Wir sind nicht schickelein gefahren. Alle ist richtig gefahren. Alle ist richtig gefahren. Okay dann fährt alle vor. Jawoll. Genau das meinte. Warte. Das ist richtig schmierlappen Alter. Was eine scheiße zu gestern. Mann 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 Mann. Wenn wir jetzt nur Matsche fahren würden dann hätten wir das gemacht. Aber wir sind schon ewig keine Matsche mehr gefahren. Reifen komplett zu. Ne. Ja ja. Guck mal hier mein Griff. Der hat jetzt schon zwei Gelegenheit. Ja lass das schon zwei Gelegenheit. Voll eingedutscht. Guck mal kurz vor. Was haben wir? Vier? Ne. Wir fahren die fünf. Wir fahren. Lavaschlam. Lavaschlappen. 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 Lavaschflamm. Lavaschflamm. Lavaschlappen. Lavaschflamm. Lavaschflamm. 1,06 Kilometer. 178 Höhenmeter. Lavaschflamm. Lavaschflamm. Meine Brille ist nass. Und der rote hat 300 Meter weniger und hat aber die gleiche Höhenmeter. Ich sehe gar nichts mehr, Kollege. Fährst du vor? Ja. Lavaschflamm. Gib Gas da. Lavaschflamm. Gib Gas da. Lavaschflamm. Was hat er gemacht? Eigentlich war ich schon immer Lenker, aber ich bin dann wieder zurück und hoch gestiegen. Jetzt muss ich so lachen. Jetzt kommt der Brust da gerade hoch. Oh oh. Guck mal, da hängt doch irgendwas drunter in deiner Hose. Der klopft sich drinnen, Alter. Warte, warte, warte. Oh, was war das denn jetzt für eine Scheiße? Oh man, der Klopft war Fabian oder was? Ja. Hämu-Ladenchamps. Der Boden ist geil hier. Geiler Boden, Mann. Feinster Geistboden. Aber der ist die blaue, ne? Der ist die blaue. Blaue. Mama. Konzentration, please. Weiß ich auch nicht. Aufkämmer links, Alter. Geht gar nicht. Los, wohin? Alter, hab's nicht rein. Jungen, mega geil. So eine geile Scheiße. Ja. Fick der geile Scheiße. Was ist das, Singo? Nichts, leid mal am Boden kurz. Leid wie am Boden. Leid wie am Boden. Alter, die Erde geht einfach weg. Lars hat sich dreimal um den Baum gewickelt, Alter. Dreimal. Hey, krass, Alter. Guck mal hier. Bei jedem Dings, wo ich mir kratze, hab's. Dann trägt das auch. Das ist unter mir weggebrochen, Alter. Der geht gut. Der geht gut. Wir fahren jetzt Lavasse. Trail Nummer 6. Ich weiß nicht, ob wir an den Blocks vorbeikommen. Lavasse. Drei Trail 700 Höhenmeter. Ja. Das ist geil. Komm, Brille besteht. Ja. Moment, ich muss auch noch... Der Ingo war noch ein bisschen. Jetzt ist der nicht mehr Jüngste, ne? Auch das. Oh. Da war ein langer Piepszone bei irgendeiner meiner Kamera. Ist egal. Link, meine hinten. Was denn jetzt? Warte. Ja, warte. Moment. Warte. Dein Nächster. Meines zu Ende, vorne. Warte, warte. Ohyou. Da sind viermal. Draht. Hier jails sind. Geht. Eine иглы kam. Na steht. найти eine stand everybody stark. Was ist Near? weiss ich nicht jetzt fahren wir doch wieder die alte hier hast du nicht aufgepasst jetzt? jetzt rechts bruder ein bisschen schneller bitte das ist ein bisschen lehm das ist wirklich lehm der reifen geht so weg alter es geht nicht muss gleich reifen wechseln alter jetzt katastrophe der reifen katastrofka im nassen deswegen haben wir uns damals von dem knevo runter geschmissen weil der nass nämlich scheiße war bruder ja wohl mitschi jawoll du auch nicht alter lappen ich bin da hoch oder? ich habe mich angst gekriegt jetzt junge ingo pass auf vorsicht ingo Boah nice! Nice Ingo! Richtig nice! Zur Seite Ingo, zur Seite! Ja geht nicht wohin! Nach vorne ein Stück! Einen Schritt nach vorne! Jetzt darfst du ja Angst! Ja darfst du auch haben! Warte, warte! Wieso war ich denn da? Ah nix! Okay! Boah Junge die Threads sind geil! Ja! Nein! Alter! Boah oben der war aber richtig krass die Kurve! Da hab ich aber mehr Angst kapaziert! Und Ingo auch hier! Top Ingo! Top Alter! Ingo ist unser Schallfahrer! Jetzt mal ohne Scheiß! Boah das wird aber jetzt noch ein bisschen besser! Ich hab die Kamera vorne aus! Guck mal! 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 Ja! Ja! Die Platte ist glatt! Die Platte ist glatt! Nein! Die Platte ist glatt! Pass auf! Fahr außen rum! Weißt du was das Problem war? Ich war auch nicht auf dem Fahrrad! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Oh nein! Ja! Alter die Platte kannst du gar nicht fahren! Jetzt mal ohne Scheiß! Aua! Ja! Ey die Platte kannst du nicht fahren Ralle! Ich sag das dir! Loslassen die Bremse ist gut! Ja! 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 Mit Style Alter! Ja! 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 Irgendeine! Ah, da liegt er jetzt. Der Opa, der zeigt es euch allen, Alter. Jetzt traue ich ihn auch nicht mehr. Jetzt mach voran. Komm, der nächste Opa muss auch sein. Boah, Junge, von hier sieht der noch viel höher aus. Nein, das können wir nicht machen, Junge. Wenn du dich hier aushebelst. Du brauchst nur, wenn du jetzt... Sag mal, du kommst ins Trudeln. Setz dich auf den Sattel, dann kriegst du den Kick, Alter. Dann bist du da kopfüber unten, Alter.